Herzlich Willkommen Leute zu Metroid Prime Corruption 3 mit Yannick bei den Aufregers Part 16 auf Elysia und ich konnte die ganze Zeit kaum erwarten diesen Part zu starten damit ich diese geile Achterbahnfahrt jetzt starten kann ja wir sind jetzt in Elysia der zweite Planet müssen Gore finden die Aue Einheit und den Keim zerstören das sind unsere drei Aufgaben also natürlich chronologisch gesehen sollten wir erstmal Gore und die Aue Einheit finden Aue Einheit einfach nur so wieder mit dem Netz anschließen und Gore womöglich auch umbringen weil der uns auch umbringen will mal gucken ob er auch die Spur hinterlassen hat also Runders hatte ja so Eisschichten hinterlassen was hat er hinterlassen oh oh Roboter oh die sehen böse aus wie süß haben wir so Kameras als Köpfe so was haben wir mit dem Primi Bot leichter Android einfach auszuschalten einfach okay ein Schuss, zwei Schuss, drei Schuss, vier Schuss ja vier Schüsse wie die langsam auseinander fallen oh was macht er jetzt okay ja süß sowas müssen wir auch mal reinbringen einfach mal so zur Unterhaltung so schwache Gegner sieht schon witzig aus oh da sind sie wieder oh diesmal okay in der Armee sind sie vielleicht ein bisschen nerviger, lästiger aber auch kein Problem für uns, die zocken auch nicht wirklich viel äh was haben wir da was ist denn das ein Databot schweichert historische Daten wiedergeben durch Schussimpuls auslösen also wenn ich das schieße cool dann haben wir was zum Scannen lesen wir mal elysianisches Datenblatt dekodiert die Gabe Daten, Datenbank angelegt es vergingen einige Dekaden für die Chozo ah es gab hier wohl doch Chozo hier auf der Elysia die rauen Winde und Stürme zerrten an der Station so nahmen die Instandhaltung mehr und mehr ihre kostbare Zeit in Anspruch den Bedarf einer Assistenz im Blick erschufen sie uns der erste Elysianer gebaut von Chozo Hand Schritt von vor 1450,82 Jahren aus der Mechanik Mechaniefaktur heutigen Maßstäben nach er einfach gestrickt wurde dem ersten jedoch die höchsten aller Gaben von den Chozo verliehen um seinen Schöpfern besser zu assistieren schenkte man den ersten die Selbsterkenntnis und teilte und erteilte diese Gabe mit allen anderen Lysianern dieses Ereignis markiert das Jahr eines der Lysianischen Zeitrechnungen ah schön also es gab hier Chozo also es wurde alles von Chozo erbaut oh was ist das ach ne ein unsichtbarer ich mach mich unsichtbarer Gegner wo bist du ich will ich scannen hä ist weg also er sollte mir nur Angst einjagen ok gehen wir weiter ok am Ende ist vielleicht so ein kleiner Mini Boss ah hier wow yeah also hier geht's ab aber ich glaube ich meine mich oh ich komm nicht daran oh vielleicht mit dem äh Morphballbombentrick boom yes oh bin ich gut Miss Expansion erhalten gut und weiter geht's also ja ich find den Planeten wesentlich angenehmer als Pryo finde ich also hat was schönes finde ich diese Melodie sehr beruhigend und ja wirkt auch ein bisschen sentimental vielleicht depressiv die Stimmung aber ich komm mit klar ich bin abgehärtet ich hab keine Gefühle und jetzt wieder eine Achterbahnfahrt wow was ist denn das denn Gegner wow 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 scheiße ok den muss ich wohl umbringen sonst bringt er mich um ok also erstmal diese Blasen abschießen also wie wild nach vorne schießen dann kann dir nichts passieren ok komm ich irgendwie noch an ihn ran dann kann ich ihn besiegen ja also einfach nur mit dem Bild schießen oh endlich mal ein Ziel was ist das das sieht aus wie Gore holoprojektor ist in das Hauptnetzwerk der Himmelsstadt eingebunden Bild von Gore wird dargestellt aha oh oh jetzt hab ich's kaputt gemacht ok also Gore war hier und da ist schon wieder dieser unsichtbar Machsparki und da sind Laser oh aha gut reagiert jetzt war kurz Mission Impossible Style und wir kommen weiter weiter wenn die Tür mal weiter aufgehen würde oh und wieder so eine komische Hand das ist glaube ich eine Hand von den Chozos ok wohin jetzt da mir ist aufgefallen ich hab noch gar nicht gespeichert seitdem ich den Endgegner besiegt hab und es war noch nirgendwo eine Speicherstation in Sicht das ist schlecht wenn ich jetzt sterbe glaube ich muss ich nochmal alles nochmal machen aber bis jetzt ist noch alles recht einfach und sehr äh ja äh äh wie sag ich mal sehr einladend sag ich mal versuchen mir so die Atmosphäre rüber zu bringen ohne mir gleich den Spaß zu verderben an einem unfairen Tod aber ich höre die ganze Zeit so ein Geräusch das wäre hier gleich irgendwie ein Missile Container oder so oh nein bitte ist kein Boss oder so das sieht so ein bisschen danach aus ok hier ist nichts ich gehe mal weiter oh Gott nein bitte jetzt nicht ein Boss da ist der unsichtbarer Mach Spocki und da sind noch Gegner ach du Scheiße ach nee ich hätte mal beim Schiff wenigstens speichern sollen oh Gott ok ich mache jetzt mal die platt ok stecken wesentlich mehr weg als die anderen aber ich denke jetzt nicht dass es allzu schwer sein wird vielleicht der erste Miniboss ach der kann sie wieder beleben ok also zerstöre ich die lock ihn damit an komm her belebt deine kleinen Freunde wieder boom au fuck ja hab ich dich komm lässt du das bleiben boom oh ein Energietank das ist eine gute Belohnung das lobe ich mir ja ein paar die da ist man so gewissermaßen gezwungen die aufzunehmen also die werden dann echt in den Weg gelegt weil man die wirklich später braucht für seinen Hypermode also würde ich jetzt dummerweise wenn ich mir keine Mühe geben würde da durchrenne durch das Spiel ohne ihn einzusammeln und bin dann beim letzten Endgegner und hab nur 3-4 Einheiten komm ich damit auch nicht wirklich weit ok ich mach die Mauer kaputt keine Ahnung was dann passiert ok das passiert ah die waren wohl pneumatisch zugedrückt und dadurch dass ich jetzt den Druck genommen hab sind sie wieder zurückgefedert versteht er oh das ist wieder ein Bild von Gore er war also hier bitte jetzt gib mir mal einen Speicherstand das wäre echt geschmeidig auch nicht ähm huch hä ist es gerade ein Wind warte mal ganz ich glaube wenn mein Controller spinnt ja ja man kann mein Nunchak hat kurz gesponnen so also ich kann hier glaube ich gar nichts machen kann ich rüberschwingen so weit kann ich nicht springen äh ja ich kann hier gar nichts machen gut geh ich mal zurück oh hier voll übersehen ach ja genau ich wollte müsste eigentlich glaube ich mal langsam mal an einem Ziel kommen oder hoffentlich mal auch an einem Speicherstand komm ach verdammt ok dass jeder aufpasst bestimmt kommen wieder so fiese wow Kettensägen ok wir sind jetzt wesentlich einfacher zu besiegen als dieses Blasending oh god oh god oh god oh god ja ok ich in meine Klappe das ist immer mehr oh god Hilfe oh das war echt knapp ok weiter geht's im Geschäft Speicherstation Tauch mal auf ja hier kann ich den Fahrstuhl nutzen aber ja danke endlich ja speichern so und weiter geht's ja 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 hand und so seitlich in den Fahrstuhl ja so jetzt guck ich mal kurz mal auf meine Karte oh ich bin ja gleich da oh ja ja der nächste Raum jetzt und dann bin ich bei der Aurora bei der Aurora Einheit und soll sie ja dann ans Netz schließen heißt es ja da ist sie ach du scheiße die sieht ja ein bisschen phasern verseucht aus hm äh ja hm kann ich gerade irgendwie nichts machen gehe ich mal weiter oh smogmox oh lasst mich durch und bam was haben wir denn hier ah hm guck mal wie süß das ist Gors Anzug ja Gors mechanischer Kampfanzug Anzug ist geöffnet und verlassen Antrieb war noch vor kurzem im Einsatz oh sehr gefährlich also irgendwo ist hier Gors wieder das ist fast so wie mit Runders in seinem Raumschiff so war vor kurzem hier Antrieb ist noch heiß und bla 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 wir wollen es spannend machen die wollen jetzt mir den Glauben erwecken ihr könnt jetzt jederzeit hier auftauchen und boom oder mich beobachten und verfolgen nee das haben sie gut rübergebracht ich hab gerade Schiss Plasmabeam eindeutig ich glaube hier kriegt man sogar einen Plasmabeam ach du scheiße hier durch dann hier auf die Plattform in das Loch und durch die Tür ich wollte gerade sagen ich muss mal speichern aber ich hatte ja vorhin gespeichert hoch mir ist aufgefallen dass wir bis jetzt noch an einem Landeplatz sind ich glaube da gibt es auch mehrere heißt ich glaube ich muss noch irgendwo Karten Terminal finden oder ich bekomme es von der Aurora Einheit ich weiß gerade gar nicht ok was ist hier los äh scan mal Anlage scheint als Landestation zur Aufnahme kleiner Evakuierungsgondeln zu dienen ja hm was ist denn da unten äh Energiegenerator speist die Ladestation um Evakuierungsgondeln aufzuladen ja wer hätte das gedacht nützt mir aber nichts ja hier ist sonst nichts mehr so keine Käferchen hm ok ich glaube hier kann ich noch nichts machen oder muss ich noch mal zur Aurora Einheit kann ich da doch schon was machen aber ich meine mich zu erinnern dass sie gerade inaktiv ist und dass ich da jetzt noch nichts machen kann ich hätte sie vielleicht mal höchstens scannen können huch hab ich noch alles gar nicht gesehen äh ah cool das hat man auch noch gar nicht zack und zack Sesam öffne dich aber was haben wir denn hier oh man so viele Wege ich seh mal hier lang äh äh was ist das Sicherheitssperren aus ausgefahren Entsperrung erfolgt nach Verbindung der äh aha ach so ist eine Ladestation wenn ich die Aurora Einheit aktiviert habe dann äh kann ich da landen ok also kann ich hier noch nichts machen dann gehen wir mal zurück ich glaube da war noch so ein anderer Weg da in der Mitte wo Gores Anzug war scheiße wo bin ich ach genau hier muss ich wo Gores Anzug war den gucke ich mir auch nochmal an oh wird schon wieder eng wieder Zeit also wie schnell die Zeit rum geht ja Leute gerade nicht so viel entdeckt außer Gores Anzug und die Aurora Einheit aber was krasses passiert ist das noch nicht naja dann gehe ich jetzt nochmal in die Mitte bitte in die Mitte und würde sagen wir erkunden den anderen Teil da hinten im nächsten Part also macht's gut Leute ciao 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 ciao